Hallo meine Freunde und Steine, herzlich willkommen mit Brickham. Letzte Woche ging es von der Wasseroberfläche in die Hüfte. Diese Woche geht es von der Wasseroberfläche nach unten, unter Wasser. Ich habe mal wieder ein U-Boot gebaut, so ein gleicher Oschi wie den da. Gleiche Dimension, nur diesmal ist es ein Mock. Von dem lieben Mocker RQ. RQ wurde es geschrieben, ich kriege das mit der Aussprache nicht hin, sei mir nicht böse. Der Mocker RQ hat die Mocknummer 139272 und umfasst 4564 Teile. Das Teil hat auch 1,20 Meter Länge, wenn es dann fertig ist. Und wie das Ganze aussieht, lassen wir es mal auftauchen, oder? Hier ist das gute Teil ein Koloss, möchte ich schon mal sagen, finde ich zumindest. Es ist ein nicht gerade kleines Modell, aber U-Boot, das sind Rudeltiere. Rudeltiere, das hat ja Wolfsrudel geheißen und deswegen sage ich, macht da ja nur eins im Regal auch nicht viel Sinn. Nee, die eigentliche Intention war, klipp und klar, das Panlus U-Boot, habe ich zwar damals im Titel als das Boot, die U96, auch beworben. Denn zu dem Zeitpunkt wusste ich zwar schon, dass es den Mock gibt, habe aber nicht gedacht, dass ich mir das doch noch antue im positiven Sinne. Und denn das Panlus ist eher die U552, der rote Teufel. Von der Farbe her und allem habe ich auch die Sticker vom lieben Achim bekommen. Für das Ding auch, zeige ich euch dann gleich, habe ich auch schon Aufkleber auf, wenn normaler Soldier kein Aufkleberfreund ist. Aber das ist hier doch ein bisschen was anderes, finde ich. Da kann man das schon mal machen. Ja, und es ist nur einer und keine 50, gelogen sind zwei, die ich da habe. Viel zu den technischen Fakten werde ich diesmal nicht sagen. Das habe ich schon beim Panlus U-Boot sehr ausführlich gemacht. Wir machen ein paar Basics. Noch ein paar Infos zum Mock an sich. Erster Maßstab 1 zu 55. Ich werde ihn unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, er kostet, wenn man ihn Lego-only baut, das ist nämlich hier möglich. Im Gegensatz zum Panlus U-Boot, was Teile einfach verbaut hat, was man jetzt nicht einfach nur die Bauanleitung hat mit Lego-Teilen nachbauen kann, ist dieses U-Boot mit Lego auch vom Mocker ursprünglich gebaut worden. Es war der erste Mock des Mockers. Deswegen da schon mal vorneweg großen Respekt an das, was er da geleistet hat. Und finde ich zumindest, persönlich, aber beurteilt selber, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kleine Werbung noch für mich. Wenn ihr nichts weiter zu solchen Themen verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Es kommt immer einmal in der Woche ein Video zu solchen Sachen. Nicht immer so ein Monster, aber ich glaube immer wieder was Interessantes. Ja, der 720 Euro Bricklink. Laut Rebrickable. Ich habe es jetzt nicht mal bei mir in die Watch, wie soll ich sagen, die Wantedist reingepackten geguckt, wo wir wirklich landen, durch das, dass man die Teile nicht alle bei einem einzelnen Händler kriegt. Hier hinten fehlen nämlich zum Beispiel die Schiffsschrauben in Gold. Die habe ich immer noch nicht, weil die bis jetzt nie einen Händler hatte, wo ich eh Sachen bestellt habe. Ich habe diesen Mock hier gebaut aus zwei Drittel Rebricksteinen und ein Drittel Lego. Wie ist so ein Drittel Lego? Ich habe mir so ein Steine-Paket von Rebrick geholt. Zeige ich euch nachher gleich mal noch, was da so übrig geblieben ist. Denn da sind viele Teile dabei gewesen, die in der falschen Farbe sind. Und das, ne, da habe ich gesagt, das ist für mich ein No-Go. Ich will das Teil so bauen, wie es der Mocker geplant hat. Darum, es ist hier auch noch nichts umgebaut. Ich werde auch noch ein paar Sachen umbauen. Und man kann ihn mittlerweile auch bei Lesti kaufen, wenn man sagt, naja, okay, ich brauche es jetzt nicht komplett original Lego oder so. Ich baue mit allen möglichen Steinen. Gibt es mittlerweile den Mock auch bei Lesti. Habe ich euch auch unten einen Link in der Videobeschreibung. Da liegt er im Schnitt so bei 322 Dollar. Denkt man auch erst so hoch. Wir haben jetzt ein Verhältnis zu dem Set da hinten. Klar, kostet ein bisschen mehr, aber ist immerhin auch ein Mock, wie gesagt. Das heißt, man muss die Steine sich sonst sehr mühevoll, sage ich mal, Bricklink 720 Euro zusammensuchen. Abzüglich Rabattcode, wo es da immer gibt. Also da gibt es immer einen. Seid ihr so bei 300 Euro, schätze ich mal, all inklusiv. Da kann ich jetzt nichts sagen, was die Steine angeht. Hier, wie gesagt, zwei Drittel Webrick, ein Drittel Lego mit den Webricksteinen. Spreche ich nachher ein paar Punkte an, gab es das eine oder andere, was mich erst getriggert hat, wo ich jetzt so sage, ja, okay, ich kann schon mit damit leben. Sind wir aber immerhin, das Ding wiegt, laut Lesti 5 Kilo. Ich habe es jetzt nicht gewogen. Mocker sagt, gut über 4 Kilo. Sind wir so bei guten 60 Euro pro Kilo, was ich jetzt vom Steinepreis her jetzt auch nicht so teuer finde. Ja, also bei Lesti, wohlgemerkt, wenn man sich das holt. Kurz ein paar technische Fakten. Was ist ein Typ 7C? Typ 7C war das, finde ich, das deutsche U-Boot im Zweiten Weltkrieg. Beziehungsweise auch das meistgebauteste mit 568 Stück. Er hatte einen Sechszylinder-MAN-Dieselmotor drin, der dann wiederum Batterien leer hat, dass, wenn sie auf Tauchfahrt sind, dann mit Strom, mit Elektromotoren gefahren sind, fahren konnten. Vier Torpedoschächte nach vorne, ein Torpedoschacht nach hinten. Er war 67,1 Meter lang. Er hatte eine Maximalgeschwindigkeit von 17,7 Knoten erreichen können. Und, ja, wie soll man es sagen, Tauchreichweide waren 240 Kilometer. Die U96, was es hier bei mir werden soll, hat dann ein ganz spezielles Wappen. Und das ist dieses hier, den Sägefisch. Den hat mir der liebe Achim gedruckt. Nochmal Grüße raus und vielen Dank dafür. Der kommt hier vorne auf den Türm drauf. Der Sägefisch war von dem Zeichner Hans Kossatz. Und die Crew hat sich damals an den Zeichner gewandt und hat ihn gefragt, ob sie seine Zeichnung als Maskottchen an ihren Türmen machen dürfen. Und es war dann sogar so, dass er persönlich diesen Sägefisch vorne auf den Türmen drauf gemalt hat. Und das soll schon gewesen sein zum Thema technische Fakten. Ich habe gesagt, wir gehen ins Modell rein. Denn da gibt es schon ordentlich was zu sehen. Wie ihr seht, hat hier auch der Mocker den Innenraum dargestellt. Natürlich für die Nicht-Minifiguren-Maßstab. Wir reden hier von 1 zu 55. Da geht es schlecht. Da müsste man schon mal ein Stück größer. Wäre aber auch mal eine geile Nummer. So ein 1 zu 32, 1 zu 35, Typ 7, 10. Da könnte ich nochmal sagen, ja, jetzt reicht es sonst. Aber da könnte man mich nochmal ein bisschen catchen. Wir haben hier vorne den Torpedoraum, wo auch Torpedos mit angedeuert sind. Ich gucke mal, ob ich es euch mal ein bisschen besser zeigen kann. Also sind mit dran und auch echt gut umgesetzt. Da gab es steinetechnisch ein bisschen Klemmkraftprobleme vorne bei den Torpedoluken. Hat aber dann doch alles funktioniert. Die Aufhängung vom Torpedo, vom Kran zum Reinlupfen ist auch okay. Normal sollte das nicht so schräg stehen. Da stimmt auch irgendwas nicht von den Teilen. Und dann haben wir als zweites hier den Funkerraum und Co. Hier sind natürlich Standard-Prints verbaut, die es von Lego gibt. Man kann sich aber auch, wenn man Bock hat, ich hatte nur leider nichts mehr da und ich werde es mir aber im Nachhinein mal noch umbauen. Auch wenn man da ganz selten reinguckt und bei mir ist im Regal mit geschlossenen, mit Verkleidung dran. Die ist nämlich auch dabei. Ich drehe es nachher mal um, dann seht ihr, wie es mit Verkleidung aussieht. Wenn ich mir trotzdem noch Custom-Prints hole bei Brickfactory Berlin, ich haue euch oben mal das Logo rein, Link auch unten, habe ich schon öfters mir mal Drucke, beziehungsweise habe ich schon mal einen ganzen Polk Drucke von Ihnen gespendet bekommen. Werde da auch mal wieder nachbestellen, weil es sind schon coole Sachen, die da raushauen. Gerade in diesem WW2-Thema und da gibt es dann schöne 2x2-Fliese als Funkanlage und Enigma und da kann man sich das dann sonst auch ein bisschen mit Custom-Drucken aufhübschen, wenn man das möchte. Dann haben wir noch den Technikraum in der Mitte oder ich sage jetzt mal Technikraum, das ist nur ein Profil, dann der Schlafraum und ganz hinten den Motorraum, äh den Maschinenraum. Was hier fehlt, im Gegensatz zum Panos U-Boot, ist hier ganz hinten der letzte Raum, wo normalerweise die Elektromotoren, Batterien drin sitzen und das Hecktorpedo. Ist aus Stabilitätsgründen, sage ich mal, rausgeflogen, finde ich aber auch gut so, dafür ist das Ding echt stabil. Ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, aber ich glaube, wenn er das mit Go-Bricks und Lego baut, oder ja, Go-Bricks ist fast noch von der Klemmkraft ein bisschen krasser, dann geht es schon langsam Richtung Kobi-Schiff, finde ich. Wenn das Ding fertig ist, finde ich es persönlich schon sehr stabil. Beim Panos U-Boot muss man durch die Sektionsbauweise, da kommen wir nämlich gleich zur Bauweise hier, ein bisschen aufpassen. Wenn man das so ein bisschen handelt, kann das sich gerne mal biegen wollen, ja, aber normal stellt man es einmal ins Regal und dann ist es gut. Das Ding hier ist aber echt stabil, da kann man machen, was man will. Dann ist hier aus oben Technik unten mit Technik-Bricks verbaut und verpinnt und alles, das ist echt gut. Die Front und die Heck, das sind Steine verbaut, die sind halt echt teuer, die gibt es von den Alternativen auch noch nicht. Meines Wissens, zum aktuellen Zeitpunkt des Videos gibt es die auf jeden Fall noch nicht. Das wäre Diesel Brick Modified, aber auf der Rückseite hat er auch nochmal Noppen. Den gibt es erst seit Ende 22, Anfang 23 ist der rausgekommen in Trans Orange. Ich glaube 22 in Trans Orange, dann 23 in Dark Bluish Grey und kostet bei Bricklink noch unverschämte 60, 65 Cent und ihr braucht über 60 Stück. Ich wollte sie mir erst holen, zum Zeitpunkt, wo ich sie bestellen wollte, war dann aber der Teile-Shop bei Lego Direct oder Down. Die haben es über Weihnachten runtergefahren, da wäre ich nur, ich glaube bei unter 30 Cent gewesen, da hätte ich mir gesagt, okay komm, mach's du. Als Alternative und ich schätze mal auch so wird es sein, wenn ihr es von Lesti bekommt, nehmt ihr diesen Stein. Da fehlen euch dann auf beiden Seiten jeweils zwei Noppen, aber tatsächlich macht es nicht wirklich was aus. Es gibt ein, zwei Stellen, wo dann mal kurz ein Teil nicht aufgenoppt wird, aber ihr tut hier mehrlagig beplaten, beplanken vorne und hinten. Da funktioniert es wirklich gut. Was ich hier gemacht habe, das wäre jetzt so die Variante, wie es Webrick auch vorhatte. Das sind einmal zwei Plates, dann diese Brick Modified obendrauf. Ich habe es so gemacht, ich habe mehrere Seiten vorgeblättert, habe geguckt, wie muss die Rumpfsektion aussehen. Und habe dann immer so mit einmal 6er Blade eine Verbauung reingemacht. Da war halt der Monk in mir, ich sage, ja noch mehr Stabilität, im Nachhinein muss ich sagen, doch dass das eben mehrlagig beplankt, glaube ich nicht, dass es notwendig wäre. Ja, da könnt ihr das so machen, wie ich euch gerade den Stein gezeigt habe. Das ist so ein Ding, oder auch das einzige Ding, was hier konstruktiv ist. Es gibt ein paar Sachen im Detail, wo man sagen kann, okay, das kann man vielleicht ein bisschen hübscher machen. Da kommt es dann auch darauf an, wie man da selber drauf ist und wie genau man es mit mag. Was ich richtig schön finde ist, die Deckform, wenn wir uns die angucken. Im Gegensatz zum Panos U-Boot nicht einfach fast in einer Stärke von vorne bis hinten, sondern in der Mitte schön mit der Verdickung. Ich finde, der Türm ist auch echt schön umgesetzt worden. Da wären bei mir so Punkte nur die 8,8er hier vorne. Die würde ich das Kanonenrohr umbauen und vielleicht noch ein bisschen abschmälern, ein bisschen filigraner machen. Und dann hier hinten das 2 cm Flak-MG, das würde ich hier noch ersetzen gegen ein Custom-MG. Das wäre es eigentlich fast. Hier den Ring, da könnte man eine Flex-Tube reinbauen. Da müsste man dann auch ein bisschen spielen. Ist aber natürlich für einen Mock, den man veröffentlichen will, schwierig. Wenn man eine Flex-Tube nimmt und dann da einen Millimeter oder eineinhalb Millimeter Schweißdraht reinmacht, dann kann man die schön biegen und kann das dann hier direkt reinklipsen. Dann sieht das auch nochmal ein bisschen anders aus. Also Schnüre-Spann würde noch fehlen und eine Flagge. Aber das sind wirklich Detailarbeiten, wo ich jetzt nicht deswegen Mock schlecht reden möchte. Weil er hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss es nochmal leider erwähnen, es ist das erste Mal laut Aussage vom Mocker, dass er sowas gemacht hat. Die Intention dahinter war, der Mock kam gute zwei Wochen, drei Wochen raus, bis vor das Panos U-Boot 3Z rauskam. Und der Mocker hat sich gesagt, weil so ein Ding wird ja nicht innerhalb von ein paar Tagen mal kurz zusammengeschustert im Kopf. Hat sich gesagt, er möchte gern so ein Typ 7C U-Boot in einer anständigen Größe. Nicht dieses Kobi-kleine-Fummelding da. Und hat sich dann da ran gesetzt. Ich blende euch mal kurz ein Bild ein von der Bauanleitung. Also er hat sich die Pläne organisiert von so einem Typ 7C und hat dann nicht nur anhand von Fotos, sondern nach Plänen das nachgebaut. Und da hat er das echt, echt gut, finde ich persönlich, getroffen. Was auch fehlt, sind hier vorne die Torpedoschächte im Gegensatz zu einem Panos U-Boot. Finde ich aber vollkommen okay, denn beim Panos U-Boot gehen sie eh in die falsche Richtung auf. Da habe ich mir auch gedacht, man hätte das auch bleiben lassen können. Und sind auch von der Dimension her viel zu groß. Wieso ich die 8.8 überarbeiten würde, ganz einfach. Ich würde hier auf diese Candles, da habe ich jetzt vier Stück aneinander, die kennt man hier von Lego, diese Kerzen, Candle, würde ich gehen. Das würde vom Rohrdurchmesser besser passen zu einer 8.8er, wie hier vorne hat man die Technik, diese Pinverbinder, wo man Technikpin rein, mir fällt gerade von der Tube nicht der Name ein, genommen. Da macht es das ein bisschen dick. Man hat auch keine Höhenrichte, aber wie gesagt, das ist was, wenn man es sich einfach nur so ins Regal stellen will, finde ich es trotzdem vollkommen okay. Wie sieht das ganze Ding auf der anderen Seite aus? Ich finde auch innen drin das schön, auch mit dem Motor, mit den Kipphebeln, wie das hier umgesetzt wurde. Könnten wir jetzt wieder auf hohem Niveau jammern, denn es sind 8 Kipphebel und wir haben einen 6-Zylinder-Motor. Man braucht zwei Kipphebel, das heißt, wir bräuchten eigentlich 12, geht aber platztechnisch vom Scale wieder nicht. Da war immer so, die Kombi, wie kriegt man es hin, aber die Kipphebel sind geil. Da hat man sich diese Eis, ich möchte mal sagen Eispickel, also was man vom Eisklettern kennt, die Dinger, wo es als Minifiguren-Utensil genommen, sehr, sehr cool. Also coole Umsetzung auf jeden Fall, nur weil jetzt die Kipphebelanzahl nicht passt. Das ist was für Korinthenkacke, meiner Meinung. Wie sieht das Ding von der anderen Seite aus? Wow, mal gucken, wir brauchen hier echt Platz. So, ich finde die Form echt gut gelungen. Mir gefällt es tatsächlich mittlerweile mehr, wenn ich das Ding neben meinem Panlust stehen habe, mehr wie vom Panlust-U-Boot. Es ist einfach runter, klar, man hat noch Absetzkanten drin, aber beim Panlust-U-Boot ist das halt eine Stärke von vorne bis hinten. Die haben es nicht einmal probiert, die Aufdickung in der Mitte irgendwie darzustellen, der Mocker hat es probiert. Ihr seht jetzt hier auch schon diese farbenfrohen Unterschiede. Das ist unter anderem ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das hat mich bei den V-Brick-Teilen ein bisschen genervt. Farbunterschied hat man zwar mittlerweile auch bei Lego, aber ich finde es nicht ganz so krass wie jetzt hier. Am Anfang hat es mich gestört. Je länger es im Regal steht, desto weniger stört es mich, weil es sieht irgendwie lebendiger aus. Sagt mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren, wie ihr dazu steht, also ich finde bei so einem Modell, mich hätte es zwar schon gefreut, wenn es wirklich so farbtechnisch passt, aber irgendwie bringt es dann doch ein bisschen mehr Leben. Ich rede es mir vielleicht auch nur schön, aber ja, das ist so meine Meinung dazu. Es fehlen, wie gesagt, noch bei mir die Schiffsschrauben, die habe ich jetzt nicht hinbekommen in den Gold und Schwarz wollte ich sie nicht montieren. Die kommen noch, aber sonst wirklich, finde ich, ein sehr schön getroffenes Set. Ich mache mal noch ein paar Schwenker. Also auch vorne die Rumpfform mit den Slopes gut hinbekommen. Dann die tiefen Ruder, diesmal sage ich es richtig. Ich habe es beim letzten Mal falsch gesagt. Dann hier, da fehlt auch noch, da gehört normalerweise noch ein Flex-House hier unten hin. Die war von der Qualität für die Tonne. Dann muss ich mir noch von Lego Original besorgen. Und die konnte ich einfach da wegschmeißen, die, wo von V-Brick mitgeliefert wurde. Ich habe auch von Alternativen so Flexis, aber nicht in der Farbe, die tausendmal besser sind von der Qualität, was ich da gekriegt habe. Ein bisschen schade, aber naja. Dann gehen wir mal kurz zu den Teilen, damit ihr wisst, das ist wie gesagt das V-Brick-Teile-Paket. Ich werde es nicht verlinken, weil ich persönlich jetzt nicht so mega begeistert davon war, gerade wegen den Fehlfarben. Wir haben jetzt hier diese fetten Curve-Panels, das sind die hier unten. Wo den Grundkörper hier unten machen. In Light Blue-Skrey wurden die mitgeliefert. Wie sieht denn das aus? Oben Light Blue-Skrey, dann Dark Blue-Skrey, Light Blue-Skrey. Ich habe gesagt, nee, das frunzt mir das ganze Bild. Dann waren auch noch diese Wedge-Bricks. Da waren auch welche in der falschen Farbe, die auch in Light Blue-Skrey anstatt Dark Blue-Skrey mit dabei. Dasselbe Spiel hier mit diesen Steinen, die dann hier unten an der Seite verbaut werden. Hättet ihr hier wieder einen Light Blue-Skrey-Strich drin gehabt. Und dann, das sind Brackets, die man ganz unten verbaut. Denn hier ist die Bautechnik ziemlich interessant. Weil das ja Lego-Ready ist, oder halt auch der Mocker, das mit Lego gebaut hat, muss man dazu sagen, der irre Hund. Muss man hier, dass das hier gefließt ist, die Baurichtungsumkehr selber bauen. Und die ist für jemanden wie mich als Alternativ-Klemmer, der von Kobi einfach noch andere Steinearten gewohnt ist. Das ist doch sehr aufwendig gelöst. Denn es ist eine Bracket-Brick-Modified-Kombination, um die Baurichtungsumkehr hinzubekommen. Bei Kobi hättest du da jetzt eine Baurichtungsumkehr-Stein genommen und dann eine Fliese drunter geknallt oder nochmal eine Lage Plates und dann wäre es gut. Aber es ist auf jeden Fall mal interessant. Es sind relativ wenig retundante Geschichten dabei. Bei einer Seitenverkleidung bauen müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ihr könnt tatsächlich nicht eins, doch, ihr könnt eins vorbauen, müsst ihr aufpassen. Die zwei Seitenteile sind erstmal gleich zu bauen, sind nur oben die Slopes andersrum zu montieren. Ah, habe ich jetzt, ne genau, da habe ich mir jetzt das Ei gelegt. Die zwei waren es. Es ist egal, selbe Spiel. Die zwei sind gleich zu bauen, die haben hier nämlich eine Tile drin. Die wäre auch ein Light-Bloosh-Grey gewesen, die habe ich dann auch noch ein Dark-Bloosh-Grey. Die hatte ich schon da, ich habe auch viele Teile schon da gehabt. Und hier, die sieht erstmal augenscheinlich so auf den ersten Blick gleich aus. Da habt ihr aber zwei Lagen Slopes. Das ist hier für die Verdickung in der Mitte. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil es sieht erst gleich aus. Dann denkt man, ach komm, das bauen wir alles gleich mal so durch. Nein, der Mocker hat sich da schon was dabei gedacht. Das Einzige, was ihr könnt, wenn es im Kopf mitspielt, ihr könnt spiegelverkehrt immer gleich die rechte, linke Seite zeitgleich bauen. Ein wichtiger Tipp kam vom Mocker auch an mich. Erst den Stand bauen, der ist wirklich Gold wert, der Tipp. Der ist erst ab Seite 400, wir reden hier von über 440 Seiten. Und ab Seite 400, 410, nagel mich nicht mehr fest, einfach durchscrollen, ist dieser Stand drin. Dann erst diesen Stand bauen und dann anfangen mit dem U-Boot selber. Ja, mehr wüsste ich jetzt nicht zu sagen, außer mein wirklich kürzes, knappes Fazit zu dem Set. Für die Steine kann der Mocker nichts. Deswegen, wenn man wirklich so irre ist und sagt, boah, ich habe echt viel daheim und ich baue das Lego-only oder ich baue es mit Lego und mit Go-Bricks, die Steine, die mir von Lego zu teuer sind, stelle ich mir bei Go-Bricks, weil ich sage, okay, Lego-only ist für mich nicht absolut wichtig. Dann habt ihr hier, finde ich, einen sehr, sehr coolen Mock. Ihr könnt noch ein paar Details verbessern oder umbauen. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber ich finde, von dem Grunddesign her hat er es wirklich richtig cool gemacht. Mir hat er sehr, sehr viel Spaß gemacht. Er macht auch zum Bauen Spaß. Ich finde, dass er nicht diese Modulbauweise hat, sogar im Nachhinein besser. Man braucht halt ein bisschen Platz auf dem Bautisch, wenn das Ding dann mal wächst. Aber das ist das einzige Handicap dafür. Stabilitätstechnisches Monster. Ich glaube, wenn du das einmal über den Schädel ziehst, der landet im Krankenhaus. Keine Ahnung. Sonst gab es nämlich nur teiletechnisch ein paar Schwächen durch das, dass ich Cheep-Cheep gemacht habe. Das nächste Mal mache ich es dann Go-Bricks und Lego-Kombi, weil Lego-only, da kriegt er mich nicht. Du erwischst bei so einem großen Set immer Steine, die einfach nur geisteskrank teuer sind. Somit kann ich nur sagen, der Mock ist mega. Mir hat er mega viel Spaß gemacht. Da geht nochmal auch viel Grüße raus an den Mocker, falls ihr das Video anguckt. Und vielen, vielen Dank für die netten Infos. Wir haben uns da echt teilweise sehr intensiv ausgetauscht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr hilfsbereit. Und wenn ihr Bock habt zum Nachbauen, guckt in die Videobeschreibung. Ihr findet den Link, wie gesagt, zu Rebrickable. Ich glaube, die Bauanleitung, ich kann es euch gerade gar nicht sagen, 10, 15 Euro. Für die Größe vollkommen d'accord. Und die Bauanleitung ist sehr gut zu lesen. Macht wirklich keine Fragen, keine Komplikationen gehabt, dass man was nicht versteht. Und auch nicht so überstrieben Lego-Style. Also hier ein Teil, eine Seite. Sonst wären wir hier bei 4000 Seiten. Das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über einen Kommentar freue ich mich immer, ob es euch gefällt oder nicht. Oder was ihr anders machen würdet. Habt eine schöne Woche. Kommt da gut rein. Wir sehen uns spätestens nächsten Montag wieder, wenn es wieder heißt. Every Monday is social Monday. Ciao, ciao.